Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Über einen Mann, der einerseits Professor war, aber kein Normaler. Die Vorlesungen gerieten zu Massenveranstaltungen mit bis zu 1000 Zuhörerinnen und Zuhörern. Und das, obwohl er die Termine absichtsvoll auf den frühen Vormittag legte, um mal ein Klischee zu bedienen. Unter den Zuhörern auch nicht nur Studenten, sondern auch Politiker, Theaterleute, Schriftsteller. Alle wollten Michel Foucault erleben. Den Philosophen, Psychologen, Historiker und Soziologen, hocheinflussreicher Denker des 20. Jahrhunderts. Heute vor 50 Jahren, 1970, hielt er seine Antrittsvorlesung am Pariser Collège de France über die Ordnung des Diskurses. Wir erinnern, im Kalenderblatt. In den Diskurs, den ich heute zu halten habe, und in die Diskurse, die ich vielleicht durch Jahre hindurch hier werde halten müssen, hätte ich mich gern verstohlen eingeschlichen. Anstatt das Wort zu ergreifen, wäre ich von ihm lieber umgarnt worden, um jedes Anfangens enthoben zu sein. 2. Dezember 1970, Paris. Lehrstuhl für Geschichte der Denksysteme. Der scheinbar verzagte Beginn einer Antrittsvorlesung. Der Ruf ans hochrenommierte Collège de France ist mit Mitte 40 die Krönung der akademischen Laufbahn von Michel Foucault. Seine erste Vorlesung hier sollte berühmt werden. Der Titel, die Ordnung des Diskurses. Foucault hat bereits gut zwei Jahrzehnte akademischer Laufbahn hinter sich, hat an Elite-Unis, Psychologie und Philosophie studiert und gelehrt, später auch im Ausland. Zuletzt seit 1968 an der nach den Studenten und Ruhnen entstandenen Reformuniversität in Paris-Vincennes. Er hat für Furore gesorgt mit seinen Schriften Wahnsinn und Gesellschaft, Archäologie des Wissens und die Ordnung der Dinge. Strukturalismus, das ist ein Schlagwort dieser Zeit. Als Methode übernommen aus der Sprachwissenschaft geht es nun auch um das Herausarbeiten von Strukturen in Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft, um ihre Analyse. Was ist Wissen? Wie entsteht es? Wer bestimmt die Debatte, den Diskurs darüber, das, was jeweils diskutierbar, verstehbar, wahr oder falsch, was vernünftig oder wissenswert ist? Wer wird von vornherein ausgeschlossen? Welche Methoden und Regeln gibt es dafür? Die Hypothese, die ich heute entwickeln möchte, um den Ort oder vielleicht das sehr provisorische Theater meiner Arbeit zu fixieren, ich setze voraus, dass in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird, und zwar durch gewisse Prozeduren, deren Aufgabe es ist, die Kräfte und die Gefahren des Diskurses zu bändigen, sein unberechenbar Ereignishaftes zu bannen, seine schwere und bedrohliche Materialität zu umgehen. Klingt, als sei es für das Zeitalter der sozialen Medien verfasst, für die heftig umstrittene Deutungshoheit bei Debatten im Netz. Aber Foucault spricht diese Worte 1970 in eben jener Antrittsvorlesung. Der Diskursbegriff, an den er sich hier weiter herantastet, markiert einen Übergang in seinem Werk, zwischen der Archäologie des Wissens und den späteren Arbeiten, in denen Foucault analysiert, was dahinter steht. Macht. Der Diskurs mag dem Anschein nach fast ein Nichts sein. Die Verbote, die ihn treffen, offenbaren nur allzu bald seine Verbindung mit dem Begehren und der Macht. Und das ist nicht erstaunlich. Denn der Diskurs ist nicht einfach das, was das Begehren offenbart oder verbirgt. Er ist auch Gegenstand des Begehrens. Und der Diskurs ist dasjenige, worum und womit man kämpft. Er ist die Macht, deren man sich zu bemächtigen sucht. Macht und Herrschaft. Die Bedingungen, Strukturen und Strategien, mit denen sie durchgesetzt werden, in und außerhalb des Diskurses. Damit beschäftigt sich Michel Foucault bis zu seinem frühen Tod 1984. Er gehört damals zu den ersten prominenten Aids-Opfern. Die Antrittsvorlesung von Michel Foucault 1970. Wir erinnern, im Kalenderblatt von Sven Hecker gesprochen, von Conny Wolter. Wir erinnern, im Kalenderblatt von Sven Hecker.